Einen wunderschönen guten Morgen. Version 15.4 dürfte für iPhones und für iPads das letzte substanzielle Update sein, bevor wir zur WWDC alle auf Versionsnummer 16 schauen. Dieser Software-Sprung, der hatte so eine moderate Beta-Zeit von circa 50 Tagen. Trotzdem steckt viel drin, deshalb habe ich alle relevanten Infos einmal zusammengekehrt.